Vanessa Kahl ist eine demnächst fertig ausgebildete Kfz-Mechatronikerin. Jetzt werden wir eine Fehlerauslese machen und gucken, welcher genaue Fehler im Fahrzeug vorliegt. In diesem Beruf lernt man halt das Warten und Instandsetzen von Fahrzeugen in Form von Inspektionsarbeiten, Zahnriemenwechsel, Ölwechsel. Es gibt auch noch diverse andere Nachrüstarbeiten, zum Beispiel das Nachrüsten von Standheizungen, Anhängerkupplungen und anderen Fahrwerken. Wir schließen jetzt den Sendekopf des Testers an dem Kundenfahrzeug an, da dieser einen Fehler im Kombi-Instrument anzeigt. Am meisten an dem Beruf interessiert hat mich die Technik, die hinter dem Ganzen steckt. Und es ist ja auch ein sehr innovativer Beruf, es gibt immer was Neues zu entdecken, immer neue Techniken an den Fahrzeugen, wie jetzt die Motortechnik, wird immer weiter aufgebessert, die Leistung der Fahrzeuge geht immer höher und es gibt immer was Neues zu entdecken.